So, Halli Hallöchen Hanson, Peter hier, willkommen zurück zu Let's Rank, ich habe mich vollgekleckert mit Cola. Ist auf Kimono nicht so geil. Naja, passiert? So, ich spiele Karma und Nico, ja gut, ich spiele da gegen Win, Lulu Bottom Lane. Es steht 13 Wins, 3 Losses. Silber 2 mit 94 LP, das heißt nach dem Win sind wir eigentlich schon in der Platin Elo angekommen. Total. Ja, ist halt so. Patch 10.8, Folge Nummer 17 und wir spielen mit einem Platin am Team, das finde ich jetzt schon sehr hoch für uns angesetzt. Wir als Silber, Bronze, Iron Leute, oh, was sind das für ein Schocker-Skin, den kenne ich gar nicht. Der ist blau. Der ist blau. Der ist blau. Der ist wirklich blau. Warum ist der so blau? Der ist blau. Wow. Weil er im River steht, das färbt ihn um. Verständlich. Okay, ich gehe jetzt auch gleich River. Äh, Karma, einfach weil ich mal wieder Bock drauf hatte. Und, ja, gegen Lulu. Kann was werden, kann nix werden. Man weiß es nicht. Alter, hast du den Move gesehen? Geil. Alter, das ging gerade schneller, als meine Augen erblicken konnten. Eigentlich sollten die ja nicht hier drüber haben. Ja, ansonsten kam mir eine Ult-Kuh in die Fresse. Ja, deswegen, Karma kann man da nicht auflauern eigentlich. Hörst du, du verfehlst? Ja, also, ne Lulu kann da Karma nicht auflauern. Und andere Leute schon. Wenn nicht, meine ich. So, ich habe die, äh, nun getrottet. Die sind halt jetzt schon richtig scheiße, oder? Scheiße. Oh. Piu. Au, nein. Aber ich habe das Gold bekommen. Hehehe. Okay. So defensiv wollen die spielen. Und Double-Q-Shot. Wie nice. Lass mal schnell mit zwei machen, dann geh mal rein. Ja, ich mit meinem Schild, geh da hart rein. Ach, jetzt war ich nicht so. Wie haben die Jacks? Okay. Die haben den Jacks wahrscheinlich, den wir vorher hatten. Da habe ich eine Ult gemisst. I'm sorry. Ich gebe mir 42,75 Sekunden. Und du machst doch einfach Autotext, dann wird es doch weniger, oder? Oder Spells. Ja, ficken sie es. Shit. Äh, Jacks ist mit lane. Perfekt. Aua. Uh. Oh, okay. Ja, okay. Ich vergesse, man kann mal, hält gar nicht so viel aus. Und die kann eigentlich ganz gut tumbling, muss ich sagen. Ja. Zack. Okay, was wohl Jacks hingegangen ist, nach dem Gank? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich spare mir meine Ult jetzt mal auf, oder? Dass ich nur noch zu Not Ult schieben kann. Du siehst ja, wie gut die Schaden machen, da müssen wir schon aufpassen. Ja. Ah, er ist, äh, im Rudd. Ah, okay. Oh, ficken sie. Sofort will draus. Die kann, die kann gut tumbling. Ich weiß nicht, die hat die Reaction. Ja, spielt wahrscheinlich bei ihr noch. Okay. Eins zu zweit. Hehe. Ha! Alter, Pin geblühtel, der da. Hat die keine Schock. Ich konnte. Ja, okay. Jacks, sind wir noch top? Ah, die haben jetzt schon drei Kills? Ja. Wer hat zwei? Keiner, okay. Jeder von den anderen, außer Botlane, hat einen Kill. Okay, das ist doof. Das ist richtig doof. Ich will nicht verlieren. Wir hatten gerade so eine schöne Winstreak von... Die Gegner fehlen. Ah! Wir haben noch eine Chance, was zu fehlen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Winns am Stück. Kann man so... Ich weiß nicht, die zehn würde ich schon hinkriegen. Noch so einen Verlust ertrage ich nicht. Brauch noch... ...300 Gold für PF. Willst du meine Q oder meine E? Wahrscheinlich meine E, ne? Ich weiß nicht, wenn deine Q mehr macht, weil die mehr Schaden macht. Weißt du, die Q oder die Q useless wird? Ja, aber ich glaube ich doch nicht. Er ist auch ein Argument, reißt. Dann gebe ich dir lieber ein Schild und du... Ich glaube, mit Lend fehlt. Pass mal auf. Mit Lend ist da. Passt. Jacks ist wieder top. Die wollen jetzt Jogart useless machen. Ja, die haben den useless gemacht. Was wollen die? Sollst du mal Schaden machen? Oh, fuck, sorry. Die haben halt ein sehr starkes Go-Man. Ja, okay. Die wissen ganz genau, dass wir keine Chance gegen die haben. Ja. Ich hätte eine Millisekunde überflaschen müssen. Dann wäre ich raus und wäre meine Ult fast wieder aufgeladen. Dann hätte ich was rausnehmen können. Ja. Okay, aber dafür kommt Ding auch, weil kurz... Oh, ja. Ja. Oh, nice. Habe ich jetzt. Bitte den auch? Ja. Drache ist Blutwurst. Drache, okay, gehen wir Drache. Ja. Kann ich mit dem Schild daraus klatschen? Oder auch nicht. Oh, ich gebe ihn drücken. Oh. Oh, da oben ist. Jack. Ich komme nicht ran. Okay, einfach. Das machen. Das hätten wir auch viel besser lösen können, man. Ja. Jack ist da hinten. Oh, ich sterbe. Wow. Hey, fuck. Ja, Lulu kommt von hinten. Ah, du bist... Da lief das scheiße. Scheiße. Heute ist doch kein guter Tag, ey. Scheiße. Ich habe an der Stelle zu lange hesitated, wo lang ich laufen soll. Und dann hat Lee auch noch was ganz komisches gemacht. Gespielt. Ja, und wir können sie halt nicht fighten. Die sind halt eiskalt schon stärker. 4 Kills hat die? 4 Kills hat die? 4. Okay. 4 ist halt wirklich... Tut weh. Die hat noch keine Items. Ich meine, wir kriegen den Gang. Alter. Und wir kriegen ihn doch nicht. Ne, da ist glaube ich geworden oder noch. Shit, man. Chipmunks. Chipmunks, man. Ich habe zwei Boards. Okay, dann... Okay. Free, sicher, Cass. Aber keine Ahnung, wo die sind. Aber Lee Fin ist eigentlich doch ganz... Also, ja. Ein bisschen auf den hoffen, ja. Der Chugard oben geht ab. Vielleicht geht der Protokolls und dann wieder halt Hank. Wayne ist jetzt innerhalb von einer Minute kurz... Kurz so gefährlich geworden. Nein. Und selbst ohne das hat sie uns ja vorher schon besiegt. Ja, ja. Weil Lulowayne Combo halt. Die Combo ist einfach stärker als eine Karma. Ja, ne, ich weiß nicht, wo die sind. Hier nicht. Aber... Ja, ciao. Tschüss. Die Tumble ist aber wirklich sehr gut. Das war aber richtig krass gut abgetimt. Was ist denn das? Was haben wir jetzt schon wieder für ein eckliches Game? Ich weiß nicht. Ich glaube, das Riot hat gemerkt, dass unser MMR vielleicht doch ein bisschen höher ist als Silber. Weil die Gegner... Ja, aber dann sollten sie uns vielleicht in die richtige Elo packen, statt drei Elos weiter drunter zuerst. Ja, okay, die pusht. Level 6? Ja, die sind Level 6. Ist schnell genug da, perfekt. Okay, sie gehen weg. Sie haben zwar Harald, aber dafür, wenn die Kills auch holt, sie ist weg, ne? Schild nicht. Schild nicht. Ja. 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 Van ist auf dem Rekord, ja. Das heißt, die wird gleich kommen und uns dann ficken. Ja. Okay, weg. Nein, ich... Ja, ich muss halt weg. Jetzt kommt die gleich... Ah, ne, okay. Ich wollte sagen, von der anderen Seite läuft man kurz hinterher und macht so... Mit ihren scheiß Iron Balls, die nur gegen Vampire eigentlich effektiv sind, aber auch anscheinend gegen indische Tempel meiden und so. Sag doch einfach Ionische. Geh mit der Loa drauf ein. Ja, ja, ja. Oh, doch nicht. Alter, okay, die... Wir werden es dann nicht gepullt immer oft, aber die wird so krass gewohnt mit Speed. Ja, ja, Lulul Wayne ist halt auch eine echt gute Kombo, muss ich sagen. Haben wir es jetzt echt... Oh Gott. Überall! Au. Ja, sehr gut. Okay, der heal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht kriegt er noch was. Durch Weltkopf. Ich habe gerade wieder meinen letzten Shot verkackt. Das ist eine Bitch. Ich hätte bekommen. Ja, alles gut. Ich integre gerade rein. Alles gut. Eigentlich. Ich habe gehofft, dass ich mit dem Flash noch irgendwie über die Wand komme, aber das hat sich der Flash so nicht gedacht. Ich habe auch davor im Busch so ein bisschen gepanickt und deswegen meine Tasten eventuell auch ein bisschen falsch eingesetzt, die ich auch hätte effektiver einsetzen können. Ich würde den Warp machen. Ah, nee. Nein! Sorry, konnte ich nichts machen. Ich muss kurz meine Schwester loswerden. Später! Ja, toll, dass du dich auch mehr gesehen hast. Ja, ist ja toll. Ja, es ist wunderschön. Nein. Terry, ich kann erst in 20 Minuten. Ja, bin ich tatsächlich. Einen Scheiß wusstet ihr da mitspielen. Hast du jetzt verpasst, oder? Hast du es gesehen? Hebt den Rollladen hoch und krabbelt da drunter durch. Ne, ich habe es nicht gesehen. Verkotz hat eine Random Q gemacht und den Fog of War Lulu getroffen und getötet. Sehr schön. Ich werde einfach nachher in der Backline stehen und einfach nur ein Shield geben und ihr carryt mich wieder durch. Viermal so. Ja. Ja. Ja, die Freezing. Oh, Midlane-Shit. Bleib. Ja. Das war richtig schlecht. Ja. Ich habe was gerissen. Ich mag Lulu Support einfach, auch wenn wir gerade gegen sie spielen. Ich bin schon stark. Hey, die klauen meinen Warp-Punkt. Hass. Ja. Da wollte ich warben. Jetzt kommen meine Schwester wirklich da über den Rollladen rein. Also die Van wird gegen später ein sehr großes Problem, aber wenn wir sie so weiter fokussen. ich hätte jetzt einen ziemlich guten berg sogar gehen wir mal top oder bot selben league und belgien top dann gehen wir dort gerade der hält sich gut ja ja also am anfang hat man da hatte hatten die anderen längst ziemlich gut struggle aber hast du das gesehen ich hab grad wieder von so lange guckt genau da ja alles gut liebsten hat den den der was den klang gekickt voll in sugars richtung dass der einfach nur unten musste also im flug weggesnackt so gut fand ich echt super das war das war richtig stylisches play okay wir wissen die sind sehr sehr große busch fans busch fans oder die bleiben sehr gerne in buschen und bestimmt zu kämpfen ja das habe ich an der einstelle als mich schmerzhaft bemerkt ja wir machen es immer noch ja das sind ja auch kacka kämpfer aber lulu hat die abends auch noch nicht die geht gerade auf zwei items gleichzeitig geht ihr geht doch auf ding auf cell ist und auf redemption oder oder war er da ist nicht wie dem tsch und war er ist auch ein texel waren für diesen den busch pass auf endow ist und da und nee da halt das ok wir dürfen nicht mal so weit ja edowisp und eitel sind für abend und channel sind für ja und ich weiß sonst nichts mehr ich habe nur fünf assist das soll das ich brauche sonst bin ich gegen die wählen echt schlecht kannst du ja ich kann auch krepp 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 ok top ist tot warum nicht guck mal bot i guess oh shit Ok, Lissin kommt von oben, das ist gut Der Lissin hat die Vayne gerade perfekt in meine Ult reingekickt, das war voll schön Ja der hat auch voll, der hat Gangbang perfekt in Shulkars Ult gekickt Das ist voll schön, dass das jetzt... Der macht das richtig gut mit seinen Kicks Wo ist sie jetzt? Hier noch? Ah ok, sie ist weggeflasht Ich helfe dir kurz mit dem Ward mit einem Autodeck, weil du so ein nettes Support warst Ja, was steht da, Dick? Cock Das Meme halt Warum habe ich das denn? Aktuelle Ani Chalice und Flandish Codex gibt den Grail Ha, verkackt Echt so Äh, ich geh... Ja, auf Deadman's Plate Ich liebe es, wie von dir einfach keine Einwände kommen Ja, weil es bringt nichts Das ist halt ein Unterschied, weil ich würde mich einbänden, wenn du mir zuhört würdest Ich geh einfach jedes Mal auf Deadman's Plate Weil es einfach so ein gutes Item ist, was ich liebe es Und danach geh ich aber auf Shurelias, weil Movement Speed ist einfach superior Genau wie dein Orgasm Ja, ok Ich muss sagen, das war gerade eine echt schöne Zange bei der, ähm, beim Grail Also ich habe zwar die obere Seite nicht gesehen, aber ich glaube da war eine obere Seite an der Zange Und das hat mich auch moist gemacht Ja, komm, äh, ähm, ein Lux-Dings dahin Ne, die ist dahin Oh, ne, er geht da noch rein Oh, ich bin reingelaufen Das ist ein Protectant Ähm, ich warte einfach hier Ähm, hier ist ein Jax Jo Oh, dat wär... Oh, hast du ihn? Ne, ich... Weiß ich nicht, ob ich danach getroffen habe Ich glaube, du hast ihn sogar noch getroffen, aber er überlebt Glaub ich, ich weiß nicht Da habe ich gerade nicht drauf geachtet Ist ja auch egal Aber, ja, schade Wäre cool, wenn es gereicht hätte Ich glaube, er ist geflasht, aber trotzdem noch rein Ich habe kein Ding Ah, Joga hat das so groß im Blau Ah, ne, die... Bitch lebt immer noch Ja Gibt es gerade auch Das war auch was, weil wir verkackt Ja, sehr schön Aua, nicht so schön Hier auf sie Okay Ah Da war die Q schon drauf Das ist sehr gay Das war eine sehr dumme Old von mir, weil... Ah Ich guck gar nicht Sagen wir einfach, die beim Miss-Click Hätte besser laufen können Hätte besser laufen können Hätte besser laufen können Ich hätte nicht ulten dürfen, die ich für später halten soll Und... Das wird dumm von mir Ja, ich hätte Joe beschützen sollen Am Anfang haben wir das wahrscheinlich woanders Hab glaube ich irgendwie Miss-Play da an der Stelle Aber ich bin trotzdem irgendwie noch zuversichtlich für das Mensch Lieb am Anfang ein bisschen schräg Ja, wir haben immer noch gute Chancen Wir müssen... Ah ja, die Seele Oh ja Ist ja schon der Vierte Warte, wir haben... Ja, wir haben eine sehr gute Drachen-Controlle gehabt permanent Ich dachte, den ersten hätten die Gegner bekommen Ach, weißt du was, ich spiele um die Seele rum Oder? Soll ich toplanen? Komm, ich scoute kurz toplanen Aber... Komm mal mit, wir müssen danach wirklich zu Drache Ne, okay, das wäre Ja, ich komm mal Und Gangplank hat Uld raus Und ich komm da trotzdem noch rechtzeitig zum Soul Now Mein... Gut gekotzt Wir müssen... Okay, sie haben kein... Ähm... Dienste Ich bleib mal hier Bot-Lane und kann mit der Uld hochkommen, I guess Zwei Sekunden bis zum Drache Äh, den kann Sugar snacken Theoretisch Wenn er jetzt... Ihr könnt einfach rein Ulden Ja, wir haben's Die werden leider nicht getroffen Ich komme von... Ja... Wir sind gefangen Gefangen Und du stirbst natürlich Ja Oh ne, er auch Ich glaub... Zwei Tote von der Soul Wenn jetzt nicht noch einer stirbt Oder wir... Von den Gegnern... Ja, schade... Wieder noch Warte... Oh... Und da kam Lisa Ich feier den Die können wir doch machen... Ey, Nico, lass den Lee Sin honoren Lass den Lee Sin honoren Ich find... Ich find seine Plays cool Ja, okay Statt unser Incest-Gehonorer Ey, ich find den Lee echt cool Ey, der snackt sich einfach alles Und das war nicht? Okay Ich find ihn klasse War das der Platin? Ja, wir... Wir kennen doch auch andere Hauen Und das ist... Ich verstehe das War das der Platin-Spieler bei uns? Ja Ach, das ist noch Pre-Made Der ist Pre-Made Mit Welkost? Mit Backe, lol Ich mag den Typen, ey Ich mag den Typen, ey Ich weiß nicht Ach, cool Der... Der überrascht mich gerade selber Weil ich vielleicht ein Team bin Hey, wir honoren den Ja Wenn ich jetzt vielleicht mal vor allem drauf Yay Ich kann mir bald den Infinity Edge leisten Das ist lustig Ich auch Hm, nice Was? Wie brauchst du noch für Infinity Edge? Fingst mal 3.000 Aber ich bin auf gutem Weg deinem Ja, das ist ein guter Weg, ja Guck mal Scuttle dann... Naja, da war ein Wort in dir bei mir Ihr fightet da nicht Ja, dann kann ich jetzt scuttle dann Nee, nee, nee Ich hab build Go bot Also We get Nash Okay, ich lasse den Chogard hier mitpushen Und ich komme Hilfe beim Baron Scheiße, meine Ult geht ja gar nicht beim Baron am Greifen Ich weiß nicht, ob das so klug ist, weil eine Vania kommen könnte Nee, ich mein wegen dem Ultrashield Oder meinst du jetzt Baron insgesamt? Nee, ich mein jetzt der Baron-Player Ich vertau dem... Oder Chogard Genau Ah, Guck mal, er ist gefangen Hey, was? Okay Easy Ich hoffe noch überlegt, ob ich ihn neid nicht drauf Hier ist noch ne... Oh, wär nicht schon tot Okay, rennt! Als ob wir jetzt echt 8 Minutes in Folge bekommen Das ist so dumm! Nico, ist das so dumm! Ganz ehrlich, das kommt noch irgendwann zurück Ey, in 15 schlechten Matches Und ich hab' die falsche Geschichte Dich F*** doch frei Juhu! 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 Ja, komm mal erstmal back Ja, komm erstmal back Ja, komm erstmal back Gehe ich als nächstes auf Shurelias Dann kann der Leezen den Gegner noch besser hinterher rennen Und ich geh' auf Phantom Dancer, dass ich bis zu länger überlebe Warte, du gehst auf Shurelias? Ja Dann gehst du auf das Item Ich mag Ich mag mein Speech Ja, aber wenn ich den Vorschlag sagst du nein Du dreckiger Dreckiger Das war früher noch die Coin, okay? Das war, das war lit Ich weiß Und genau so hab' ich's dir dargestellt Du Äh Ich weiß nicht mit wem das war, aber das war safe in dem Let's Play Achso, wir ficken die Oder den Watt Okay Egal, der geht Ey, Moment, die hat mein Watt gefickt Oh, das ist kein Minutes, das machen wir Ich fächer Ich hab'n Fächer? Cool Naja, die sehen uns hier Oh, guck mal, er win hier Go, mach damage Einfach reinflatschen Irgendjemand hat mich eingeschrieben Au Ah, Schmerz Ich leber, ich leber Ich leber Endlich hab' ich mal Close überlebt Und ihr sterbt Close Oh, Shit Oh, Shit Perfekt, Ben ist dafür totes Hammergate Waaah Ja, ich nicht wahr Das war unser Bait Damit die zwei stand Ich hab' mich gerade gekratzt, Mann Und deswegen bin ich gestorben Wie, wie bitte nicht? Klar macht er das noch Kunga Zack Oh, mein Gott Der beendet das jetzt, oder? Ey, so cool Er schafft das vor dem Jax Ich glaub' ja Oder er macht den Jax noch Ich glaub' er trollt ihn noch so ein bisschen Oh, Elder Okay Er wollte ein bisschen Minions töten, das ist gut Dann gehen wir gleich Richtung Elder, ja? Da es jetzt der letzte Fight sein könnte, hol' ich mir eine Potion, diese Rote Oh, Gangclank hat UL draus Er nutzt einfach bis nach seinem Tod noch Und noch drüber hinaus, auch wenn er nicht gestorben ist, aber er nutzt einfach Go, ich hab' movement speed Ich glaub' wir sollten auf Lee warten Hm Wir sollten auf Lee warten Schmerz Oh Okay, Velcroz hat jetzt leider UL draus Ist egal Die können uns eigentlich nicht contesten während des Base Easy, dann gehen wir top Oh, wir leuchten so schön blau Sugar leuchtet jetzt noch blauer Also Sugar, der hat jetzt 30% mehr blau Boah, festes Fuckboy Warum läufst du eigentlich vorne? Weil ich ADC bin Okay Ich muss denken Da, lauf schneller Nach vorne Ich will einfach nur Irgendwann jemand töten Oh, ich hab' gleich eine schöne UL noch Oh, ich leber noch Gigi Nee 14 Wins, 3 Losses Das sind doch schönes Stats, oder? Ey So, honor Lee Oh, ich hab' dich gehonored, fuck Ja Ich hab' nie gehonored Ja, Lee hat's aber verdient, geb' ich zu Ja Silber 1 Geil Warum? Tja Die war Gold 1, die Wayne mit Level 68 Ja Die haben auch schon so gespielt, als ob die nicht katzen Die hat ja 41 Wins Also das ist jetzt auch nicht so ein wirklicher Smurf-Account Nein, 41 Wins für wieviel'n Games Das, wenn's jetzt bei 50 Games ist dann schon Ne, so ne Win Rate ist jetzt auch Ne, ich meine, die hat nicht so ne gute Win Rate an Ne, 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 ne Ne Ja, mein Damage war einfach immer noch mehr als Lulu Und fast so viel wie Jax Oh, schon hab' ich gemacht Ja, okay, ich konnte nicht mithalten Jax hat Hat Jax echt so wenig gemacht? Ja, Jax hat leider echt wenig gemacht mit dem Games Guck mal, der ist 1,10 Oh Oh Krass, in der Lee, der Lee war auf Platin 4, aber 243 Wins Oh Oh Alter, der sucht sich auch durch Scheiße Gut Silber 1 Guck mal, wir haben nix übersprungen Gar nix Das Leben ist scheiße Aber trotzdem hat Spaß gemacht Gut Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Let's rank Euer Hens Peter Und Nico Ciao Bye 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 Bye